Bei welchem Coin hast du die meisten X gemacht? Ja, ironischerweise tatsächlich Dogecoin, glaube ich. Also jetzt auch nicht mehr, weil die so tief stehen, aber ich habe Dogecoin weit, weit, weit aus Joke einfach unter einem Cent noch gekauft. Ich habe da 10 Dollar oder so reingebuttert und das ist ein vierstelliger Betrag geworden durch diesen Riesenpump da einfach, als wir da bei 80 Cent oder so standen. Wo ist Dogecoin mittlerweile überhaupt da? Ja, ironischerweise ist es tatsächlich Dogecoin. Ansonsten SafeMoon und Terraluna. Terraluna war ich halt auch schon bei 4,80 Dollar dabei, das war so das Stärkste tatsächlich. Cardano A da, zwischenzeitlich auch, als sie beim Alltime High waren, denn ich habe auch Cardano schon bei 20 Cent gekauft, sehr, sehr viel. Dementsprechend, das war auch ein 15X, als er bei 3 Dollar stand. Jetzt gerade ist es immer noch ein guter Profit, aber lange nicht mehr so viel.